Ja, willkommen zurück zu The Evil Within und mit, äh, ja, Pipi Langstrumpf. Pipi Langstrumpf, Pipi Langstrumpf, Pipi Langstrumpf, Langstrumpf, Langstrumpf. So, in der letzten Folge hat sie uns ja eiskalt das Gesicht zermatscht. Und, ähm, haben wir eigentlich in der letzten Folge mal geguckt, ob wir ein paar Bolzen erstellen können. Ich würde gerne einen Eisbolzen herstellen, aber irgendwie möchte das Spiel das nicht. Okay. Boah, die Trulla ist aber auch so ekelig. Geh weg, geh weg, du warst mal meine Liebe. Aber nicht mehr jetzt. So, ich lasse jetzt einfach... Ach ja, wir sind ja bei der letzten Folge... Bei der letzten Folge haben HHG gestorben. Ich glaube, ich werde es diesmal lassen mit dem HHG. Uuuh, das war ja knapp. Das war ja in allerletzter Eisenbahn. Scheiß, was ist das? Scheiß HHG, meine Güte, was die? Sind wir die Trulla los, ey? Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir also zweimal Fetti und zweimal... Mrs. Longhair. Mrs. Longhair. Mrs. Longhair wird wahrscheinlich nochmal kommen. Aber wie sollen wir sie erledigen, wenn wir keine Bolzen mit Feuer haben? Das heißt, wir müssen die irgendwie... ...wieder... ...mit Feuer killen. Das ist eine Kurbel, da kann ich aber nichts tun. Sieht schon irgendwie schick aus, muss ich ja mal sagen. Auch die Beleuchtung. Und ich bezweifle, dass wir sie zum letzten Mal gesehen haben. Das ist jetzt schon wieder so rot alles. Ähm... Den Hebel werde ich noch nicht betätigen. Okay, oder vielleicht doch? Boah, Panzer, was hier, ey? Was bringt das jetzt? Was, was, was? Die Kontrollpunkte. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich drausschießen. Ich werde aber erstmal hier gucken. Weil hier liegt nämlich Munition. Und wir haben nicht mehr so viel. Wir leiten auf jeden Fall schon mal das Feuer um. Das heißt also, wir werden definitiv gegen die Truller kämpfen. Und hier wieder den Arsch so richtig... ...so richtig heiß machen. Nein! So, wollt ihr mich verarschen? Ich weiß sogar nicht wie. Wie, was, wo, warum, weshalb. Äh... Wie soll ich die denn erledigen? Äh... Äh... Huah, huah! Geh weg, 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 geh weg! Ähm, ähm... Ich weiß sogar nicht wie. Wow! Wie, 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 wie Brenn, verdammt, brenn, verdammt! Ja, brenn, du Sau! Äh, ähm, die ist ja noch nicht, die ist ja immer noch nicht tot. Äh, 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 äh. Die ich fiel. Neud, 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 neud... Das glaube ich jetzt, ich scheitere. Ich scheitere schon wieder wegen diesem Drecks Hage, was ich da mitnehmen wollte. Dach, da ist es so, brrrrrrr, diese Trula. Die Trula macht nicht echt fertig, also bin ich ganz ehrlich. Das war die Trula. So nehmen, wie es ist. Und nicht drüber meckern. So. Also heißt es für uns. Troller verbrennen. Zweimal. Also erstmal muss man hier an ihr vorbeigehen. Ganz schnell. Oh, Shotgunschild. Ja, die nehm ich noch mit. Renn du Sau. Renn du Sau. Renn du Sau. Die Bombe nervt mich jetzt gerade mal. Bin ich ganz ehrlich. Ja, komm hier lang. Komm hin. Komm. Oh, die kommt von da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mö, mö, mö. Komm mal, will ich mich jetzt... Uah. Komm hier lang. Komm. Komm, Schnucki. Komm, Schnucki. Komm, Schnucki. Komm, Schnucki. Uah. Ja, brenn, du Luder. So, jetzt aber ganz schnell mitnehmen, alles. Zack, zack. Zack, was die... Los, 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 los. Äh, äh, wohnen wir sich hier nicht. Na, kommt sie jetzt oder nicht? So, brenn, verdammt. Ich seh' nicht, ob sie kommt. Das ist das Problem. Boah, die kommen von da. Boah, nein, aah, nein, aah. Misst, ich seh' überhaupt nichts. Fuck. Fuck, shit. Ich muss den Hebel betätigen. Scheiße. Wow, 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 wow. Ich muss den scheiß Hebel betätigen. Macht fertig, Basti, macht fertig. Oh, da liegt noch was auf dem Fass. Wah, 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 geh weg, geh weg. Du bist so hässlich, du bist so hässlich wie die Nacht. Du wärst so hässlich wie die Nacht. Du bist so hässlich wie die Nacht. Was, was, was? Da lag was. Äh, 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 was muss ich denn machen? Ah okay. Wo, 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 wo. Um, 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 uh. Boah, die ist ja immer noch da. Die ist ja immer noch da. Die ist ja immer noch da. Ich dachte, die wäre schon mittlerweile schon... Du bist so hässlich. Ja, genau. Jetzt kommen noch Zombies. Das brauche ich jetzt unbedingt. Du bist so hässlich wie die Nacht. Du bist so hässlich wie die Nacht. Und das hätte ich nie gedacht. Du bist so... Ja, natürlich. Jetzt fängst du an zu zaubern. Na klar. Uah. Äh. Du bist so hässlich wie die Nacht. Du bist so hässlich wie die Nacht. Und das hätte ich niemals so gedacht. Boah, warum geht das scheiß Feuer nicht weg? Uah. Boah, das Feuer geht immer noch nicht weg. Das Feuer geht immer noch nicht weg. Nein, uah. Da irgendwo noch ein Schalter ist. Da oben. Ja. Oh. Basti, nein. Basti, nein. Nein. Wow. Wo ist die Truller? Da ist die Truller. Truller, komm her. Brenn. Brenn, du Sau. Brenn, du Sau. Uah. Brenn, du Sau. Irgendwo muss noch einer sein. Glaube ich zumindest. Ja, da hinten. Oh, 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 oh. Und ein Schalter, natürlich. Warum auch nicht? Oh, nein, 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 nein. Nein. Fuck, fuck. Ach, komm, ey. Das mit der Kamera ist aber jetzt echt dämlich gewesen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Die hatten sie schon fast. Ich glaube, das wäre jetzt so noch der finale Schlag gewesen. Wir hätten quasi nur noch den Schalter betätigen müssen. Mann, fuck. Okay. Puh, das ist nicht einfach. Sehr, sehr anstrengend gerade. So, dann wollen wir mal auf, weil neu ist. Oh nein, ach komm. Ich liebe dich so sehr. Schätze, nein. Sehr frustrierend, gerade, aber egal. Ich hätte mir eigentlich als Ziel genommen oder vorgenommen, diese Aufnahme-Session das Spiel komplett durchzuspielen. Ich zweifle gerade etwas daran. Na ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie viel Aufnahme, ach Aufnahme, wie viele Kapitel es gibt. Bin ich gerade nicht im Bilde. Wow. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. War es das schon? Ne, wo war denn der andere Schalter nochmal? Ne, wo war der letzte Schalter? Ach, hier, ne? Oh, fuck. Na komm her, Schitterlein. Komm her. Komm her. Da ist auch noch eine Scheiß-Bombe gewesen. Und ich werde mal eben eine Spritze nehmen. Sicher ist sicher. Oh, okay, okay. Ähm, 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 ähm. Nein, 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 oh nein. Lauf, 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 Basti. Oh, nee, ne. Glaube ich jetzt nicht. Ähm. Wir müssen sich da irgendwie weglocken können. Oh, weg, 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 weg. Mach den Hebel, nicht den Hebel um, Basti, los. Och ne, ey komm, das ist so unfair Ey, das ist so unfair Wieso man denn da auf die Schnelle den Hebel betätigt bekommt Weil sie so schnell und fliegen Das ist mal voll unfair Muss ich jetzt ehrlich mal sagen Also da bin ich echt mal gespannt Wie andere Let's Player an dieser Stelle weiterkommen Aber die ist verdammt hart Und verdammt schwer, die Olle Also am Anfang hab ich echt gedacht, das geht Aber jetzt ist sie echt brutal Die Alte So, auf ein neues, auf die Schnelle Auf die Schnelle, auf die Schnelle Mastilier eine Riesenwelle Eingebildet, arrogant, find sich auch noch interessant Meine Güte Also, ähm Mal jetzt so ganz ehrlich Ich, ähm Fühle mich ein wenig geschändet Gerade Seelisch geschändet von ihr Schauen wir mal, wie lang die Folge wird Gucken wir mal Ja So, jetzt auf die Schnelle, auf die Schnelle Mastilier eine Riesenwelle Eingebildet auch Und ganz schätzelein Find sich auch noch interessanten Tja Ja, da guckst du, ne? Uah, die kommt von da Uah, die kommt von da Uah, die kommt von da Oh, hier liegen Shotgun-Shells Hab ich gar nicht Da guck, wie die sich zaubern kann Das ist so unfair Das ist voll unfair Ist das? Uah, weg, 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 weg Uah, nein, 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 nein Oh, komm Ich sag doch, das ist so unfair Ist das So flink Schatzi, ich liebe dich nicht mehr Ich liebe dich nicht mehr Ähm Die Fernseher erinnert mich voll an so Ring Ich weiß nicht warum Ja, so Jetzt versuchen wir natürlich ein bisschen zügiger hier durchzukommen Ne, mit dem ganzen, mit der ganzen Schose Kuckuck Yeah, juhu Geranimo Komm hier Komm zu Papa Komm zu Papa Komm zu Papa Komm So So Komm mal Rücken No Spritze nehmen So Ganz souverän werden wir sie jetzt kalt machen Ganz souverän Ähm Was stand jetzt nochmal an? Achso Der Schalter da hinten, ne? Genau Und jetzt müssen wir den drücken Und jetzt müssen wir den drücken in einen da Das ist natürlich nicht einfach Weil sie uns die ganze Zeit auf den Fersen ist Und da hängt irgendwo eine Bombe Ich weiß noch nicht wo die war So eine verdammte Kacke Wo ist diese scheiß Wegsbombe Ach, die hängt da an der Wand An dem Pfeiler Das ist so unfair mit der Bombe Boah, das ist so unfair Wie soll man denn da ausweichen? Mann Die fällt auch noch auf die Fresse Auf die Fresse Auf die Fresse Wie soll ich denn an diesem scheiß Pissschalter kommen? Das geht überhaupt nicht Wie an die Seite, Liebling? Liebling, gerne an die Seite Liebling, gerne an die Seite Liebling, gerne an die Seite Komm, mach fertig, Basti Ja, ey Die steht schon da Ja, ey Wie soll das denn? Das geht überhaupt nicht Das ist Unmöglich Oder müssen wir die da irgendwie reinlocken Oder so Oder irgendwie in das eine Feuer Ich weiß es nicht Ich glaube in diesem letzten Schalter Da werde ich es mal versuchen reinzulocken Und dann den Schalter zu Zu kaputt zu schießen Zu kaputt zu schießen Aber das würde ich sagen Machen wir Nein, das machen wir jetzt Natürlich nicht in einer weiteren Folge Was erzähle ich denn da? Ich wollte schon gerade die Folge beenden Aber ich werde natürlich weiterspielen Umso länger wird die Folge Yeah, Baby Schätzelein Schätzelein Ich liebe dich nicht mehr Du bist so hässlich geworden Geh weg Du bist so hässlich geworden Du bist so hässlich wie die Nacht Du bist so hässlich wie die Nacht Und hätte ich das damals gedacht Hätte ich dich niemals genommen Man schießt auf den Scheiß-Sick-Schalter Hier waren noch Shotgun-Shills glaube ich Man ist sie schnell Juhu Tyranimo So Da hinten diesen Riesen-Bottich Den letzten Schalter Nein, 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 nein Boah, Gott sei Dank Ich glaube mit deinem Auto O, diese Thruller Die macht mich voll fertig Was, 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 was? Oh 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 Boah, weil die jetzt alles Jetzt schnell Guck mal, will die mich verarschen? Geh weg Was hast du für ein Problem? Halte! Brenn, du Sau! Brenn, du! Drecksau! Komm hier! Komm hier! Komm hier! Komm, Papa! Komm! Komm, Papa! Komm her! Komm her, Mann! Komm her, du! Fuller! Mann, nein! Ey! Ich schmeiß gleich den Controller weg! Mann! Also! Um mal kurz anzumerken, das ist eine verdammt fiese Stelle, finde ich! Vielleicht werde ich auch den Rekord halten an dieser Stelle! Ich weiß es nicht, keine Ahnung! Wir gucken mal! So, auf ein neues! Der Triller macht aber auch eine Welle und einen Druck, muss ich echt mal sagen! Also Hut ab! Guck, guck! Ja, da bist du, ich weiß! Aber ich bin hier und du nicht! Boah, ich zieh schnell! Die ist schon wieder hier, ne? Ja, ich wusste es doch! Haben wir keinen Eisbolzen mehr, dass wir die irgendwie einfrieren können? Nein, haben wir natürlich nicht! Nein, das ist das denn echt! Die Triller nervt, bin ich ganz ehrlich! Ich möchte, ich habe jetzt ungern das HG liegen gelassen, aber es geht ja leider nicht anders! Wir haben ja so viel Stress hier gerade! Komm her! Boah, war das knapp! Oh, 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 oh! Ich glaube, sie ist stinkig! Ich glaube, sie ist stinkig! Komm her! Komm her, Baby! Komm her, Baby! Mann, fuck ey Also ich hab keinen blassen Schimmer Wie wir jetzt sagen, den scheiß Schalter kommen Ohne dass sie uns bekommen Also kriegt Weil Das ist unmöglich Ja, jetzt hat's sich erledigt Hat sie erledigt Ich verzweifle gerade ein wenig An mir selbst auch und an dem Spiel Entweder muss man sie da irgendwie fertig machen Oder man muss halt beim Wenn man den zweiten Schalter sofort den dritten Schalter betätigen Wenn sie brennt Weil anders geht's leider nicht Oder halt Ich hab da so eine Taktik, die ich mal ausprobieren möchte gleich Schauen wir mal Komm her Komm her Komm Komm her Komm her So 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 Komm her Komm her Warum ist sie so schnell auf einmal Ich will mich verarschen Boah Was, sie kann nicht rennen Nein Boah Los, komm her Du Troller Komm her Nein 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 No 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 Es No 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 Nein, das glaube ich jetzt nicht, dass wir jetzt hier so die Probleme mit der haben, dass wir... Warum rennt die denn jetzt so? Sag mal, was ist mit der denn nicht in Ordnung? Fischermans Fremd vielleicht mal gefällig? Das glaube ich jetzt meiner gar nicht. Will ich mich verarschen? Sag mal, will ich mich verarschen? Die ist doch vorher nicht so gerannt. Ich freue mich schon auf andere Let's Player, die die Stelle spielen. Wo war der jetzt die Pistolenmunition? Ah ne, die haben wir schon, glaube ich, auch. Wie kann das sein? Ja, komm her, Mann. So schnell hab ich wollte dich jetzt auch nicht. Schützelein, so schnell wollte ich nicht, dass du vorbeikommst. Nein, 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 oh komm, Basti. Mann, du Drecksack. Och, das glaube ich ja jetzt nicht, ey. Mann, nein, geht meine Taktik nicht auf. Verdammte Scheiße. Mann! Fuck. So eine Scheiße aber auch, ey. Mann. Gebt meine scheiß Taktik nicht auf. Oh, mach schlicht den scheiß Schalter um. Ja, die steht schon wieder da. Das geht überhaupt nicht. Das kann nicht funktionieren. Ich bin echt mal gespannt, wie andere Let's Player es machen. Also Hut ab. Und das wird auch definitiv die längste Folge meines Lebens werden, die hier, glaube ich. Ah, wir sind jetzt wahrscheinlich schon, ich denke mal so bei 30 Minuten sind wir jetzt mit Sicherheit schon. Und vielleicht bei, naja, vielleicht bei 29, 30 im Fall. Die ist mir auch latte. Ich will die Trulla einfach in dieser Folge killen. Also. Es kann ja nicht sein, dass wir hier so die Probleme haben. Nur wegen so einer doofen Miss-Scam. Entschuldigung. Na, schützelein. Machst du wieder den Boden sauber? Vielleicht sollten wir doch mit dem hinteren Dings anfangen. Mit dem hinteren Rohr. Rohr. Jetzt hat Rohr gesagt. Nein, brenn doch, du Sau. Nein. Oder? Nein, siehst du schon hier? Was soll... Nein, was soll denn der Dreck? Jetzt, 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 jetzt. Ah, scheiße, das ist eine scheiß Bombe, ne? Nein. Oh, Mann. Das ist doch so scheiße. Das ist doch voll assi ist das doch, ey. Mann, Basti, das ist voll assi ist das. Uah, uah. Was, was, was steht denn jetzt an? Ich weiß gar nicht, was ansteht. Was, was müssen wir denn machen? Ich hab den Schalter umgelegt. Ich, äh... Ich hab keine Ahnung, wo müssen wir... Oh, nein. Jetzt geht erst das Feuer aus. Wie geil ist das denn? Ja, der Fahrstuhl. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Ah, nein. Oh, nein. Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht, dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer, du gehörst mir und ich werde dich benutzen. Das war's für mich. Ja, wir sind zurück in der Residenz Residenz und wir haben die Triller erledigt wir haben ihr die Arme abgeschnitten und so wie es aussieht steckt Ruvik jetzt irgendwie in uns drin was förmlich so ein bisschen wie der Wallrider aussieht von Outlast und ich würde sagen, es ist eine gute Stellung, Pause zu machen um aufzuhören und ich schalte morgen wieder und 17 Uhr, danke für's zu sehen tschau